Hallo, ich grüße euch, ich bin es der Kenny. Ja, heute möchte ich mal Fertigpaket verlegen und zwar von der Firma wie Kandas. Die sind weltbekannter für ihre Korkbühnen und haben sich jetzt auch auf Fertigpaket spezialisiert. Landhaus, Dielen, Optik, total geiles Zeug. Ist geräucherte Eiche, die wurde gebürstet und geschrubbt, dass die so auch den Effekt hat eines alten Fußbohnens. So vintage, in Würde gealtert, so wie ich. Und dann wurde es noch schwarz geteilt. Sieht total sexy aus, mega, mega geil und dazu nehme ich euch mit und zeige euch natürlich auch mal den Aufbau eines Fertigpakets. Und ganz spannend finde ich halt den Unterbau dieser Planke hier. Man sieht, dass das natürlich auch Echtholz ist, mehrfach verleimt. Dann kommt das Stecksystem natürlich auch aus Holz. Was ganz ganz wichtig ist natürlich für euch als Endkunde, ist natürlich die Stärke der Nutzschicht vom Holz selber. Weil umso dicker das ist, umso öfters könnte das natürlich runterschneiden und wieder neu versiegeln. Also sehr langlebig. Wird mich locker überleben, euch wahrscheinlich nicht. Aber wie wir das jetzt verlegen, das will ich euch zeigen. Und ähnlich wie bei Laminat oder Designerböden, die aus Vinyl sind, muss natürlich erstmal ein Unterboden gemacht werden. Wie Dampfsperre, Trittschall. Und bei dem Fertigpaket benutzen wir einen Quark. Der Fußboden ist ja eine Spanplatte. Verschraubt mehrfach. Und da legen wir auch gleich los. Und dazu nehme ich euch jetzt mit. Und wir fangen auch gleich mal an. So, dann fangen wir mal an. Man kann natürlich auch so eine Kombination nehmen für den Trittschall und Dampfsperre gibt es schon als Kombi. Das heißt, da ist der Trittschall mit der Dampfsperre verklebt. Und brauchen wir aber in dem Fall hier nicht. Da reicht die Unterlage hier aus Korn. So. Okay. Dann schneiden wir erstmal auf Länge ab. Aber nicht ins Kabel. So, ich bräuchte eine neue Klinge. Habe ich aber nicht. Das ist sehr schön. So, hier haben wir ja zwei Heizungsrohre. Das schneiden wir dann auch mal schon mal ein bisschen dezent ein. Und schieben dann den Belag mal rüber. Dafür müssen wir beide kurz aufstehen. Das lässt sich ein bisschen alleine immer ein bisschen schwer machen. Aber das kriegen wir schon hin. So. So. Am Rand steht es ein bisschen hoch. Aber das ist ja nicht schlimm. Mit dem Glattermesser ist das auch Schnellgeschichte. Und ihr habt ja schon gesehen, ich habe da zwei Heizungsrohre. Das ist immer so ein Fiasko für viele Leute. Ist aber gar nicht so schlimm. Ich habe mir das vorher mal ausgemessen. Ich schneide mir die erste Planke auf 31,5, also so ein kleines Stück, lege es da ran. Dann kommt das nächste dagegen. Das endet genau in der Mitte der Heizungsrohre. Und da machen wir dann schon zwei Ausschnitte. Das zeige ich euch aber gleich ganz genau. 31,5 habe ich gesorgt. So. So. So, 31,5 hat er gesorgt. Der Idealfall zum Schneiden von diesem Planke ist natürlich eine Tischkreissäge, die man dann unten vielleicht auf dem Hof stellt oder am Balkon. Haben wir jetzt nicht da. Und Oldschool, hier Stichsäge und wie das so ist auf dem Bau. Holzkeile ist auch immer so ein Thema. Auf dem Bau gehen wir natürlich ab und zu ein paar Zollstöcke kaputt. Und die benutze ich dann ganz gerne als Abstandhalter auf Laminaten. Das ist natürlich auch ein bisschen Luft haben wir verlegen, schwimmend. Das Material dehnt sich auch aus. Und wie sage ich, wir benutzen diese Abschnitte, Abfälle als Teile, weil da bin ich ein bisschen zu geizig. So. Guck mal, das müsste auch schon reichen. Das reicht mir. Jetzt kommt man natürlich schon mit der Planke ins Gehirn mit den Heizungsrohlen. Also passt mal auf. Guckt mal hier. Deswegen habe ich das erste Stück abgesägt. Jetzt setze ich das hier schon mal rein. So, als ob es richtig drin sein würde. Und jetzt gucken wir mal rüber zum Rohr. Die Planke ist hinten reingesetzt, wie sie sein muss. Jetzt messe ich von der Wand natürlich mit dem Dach der Keile den Abstand. Acht Zentimeter. Übernehme das hier. Warte mal. So. Acht Zentimeter ist genau die Mitte des Rohrs. So. Was haben wir für eine Rohrstärke? Anderthalb. Knapp zwei. Das schneiden wir ein bisschen groß hier aus. Zentimeter. Brett ist drin. Natürlich geht das jetzt nicht. So wie ich mir das gedacht habe. So. Abstandhalter ist drin. Hier auch. So. Rüber. Jawohl. Jetzt kann man das schön sehen. Das nächste Brett werden wir natürlich ausmessen. Auch so aussägen. Und dann können wir es zusammen klicken. Und ganz zum Schluss nehmt dann eine Doppelmanschette. Hier so für die Heizungsrohrabdeckung. Und dann ist das verschwunden. Wir machen es einfach. So. Jetzt muss ich natürlich die letzte Planke einpassen. Man kann das natürlich messen. Oder ihr nehmt natürlich die Seite brauchen wir nachher. Dreht die zur Wand. Unterseite nach oben. Unter Rücksicht natürlich der Abstandshalter. Ganz wichtig. Und dann macht euch eine Markierung. Das ist eigentlich die schnellste Methode. So. Habe ich denn hier noch? Na mit der Handkrieg nicht durchgebrochen. Hör mal das mal. Jetzt können wir mal gucken, wie wir hinkommen mit der Fuge. So. Ah, ich muss die eh schneiden. Okay. Also hier entsteht die Fuge. Dann haben wir hier wieder genug Abdeckung bei der Fuge. Und können hier wieder mit einem Abschnitt anfangen. Und sieht auch ganz gut aus, finde ich, dieser Verband. Also ich finde das, ja, nehmen wir so. Ist gekauft. Jetzt geht das natürlich nicht hundertprozentig mal so easy peasy reingeflutscht in die Nut und Feder. Und nehmen wir natürlich einen Abschnitt. Wenn ich jetzt so mit dem Gummihammer draufhaufe, geht das natürlich kaputt. Also ruhig den Abschnitt, Genosse. Es gibt natürlich auch fertige Schlagmodule zu kaufen. Aber wie das schon war mit den Keilen, machen wir das doch lieber so. Den Abschnitt von der anderen Seite, knapp 40 Zentimeter, setzen wir hier wieder an. Das reicht völlig aus für unser Fugenbeet. So. Und dann können wir gleich wieder mit einer langen weitermachen. So ist es. Ja, guten Tag meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Verlegen dieser zweiten Korkunterlage. So, jetzt geht es weiter. Die erste Schicht liegt. Jetzt kommt die Unterlage nochmal rein. Und wenn man erstmal aus dem Wandbereich raus ist, geht es auch viel, viel schneller. So. Was mir ganz wichtig ist, liebe Leute. Guckt mal. Nicht überlappen die Unterlage. Lasst einen Millimeter Luft zwischen. So. So, jetzt überprüfen wir das. Das gefällt mir nicht so. Hier, wenn ich die Fuge nehme. Und führe die jetzt hier weiter. Dann müsste es entweder so aussehen schon. Tut es aber nicht. Und deswegen werde ich hier nochmal ungefähr, naja, 25 Zentimeter abkürzen. Damit muss ich jetzt leben. 25. Unsere Fläche haben wir fertig verlegt. So, zum Schluss kommt natürlich die gute alte Fußleiste dann. Wir haben uns hier für diesen rustikalen Design, haben wir uns für eine weiße Schlichte entschieden. Also das sieht sehr styletumolisch aus. Man kann natürlich auch ähnliche Farben sich aussuchen und also da ist ja fast da sich keine Grenzen gesetzt. Aber wir fanden das jetzt ganz cool. Das weiß passt gut zu diesem dunklen Ton. Und ja, was brauchen wir dafür? Eine Gehrungslade, weil wir machen ja Winkelschnitt in die Ecken, also Gehrungsschnitte. Und natürlich eine feine Säge. So, dann fangen wir mal an. Wir machen mal die erste Ecke. Man kann das natürlich auch mit einer Kapp- und Gehrumsäge machen. Da kann man die Winkel auf 45 Grad einstellen oder auf 90 Grad und dann passt das auch. Aber wir machen jetzt Oldschool mit der Hand und sägen uns erstmal zurecht. Nachdem wir die Gehrung zugeschnitten haben, haben wir natürlich mehrere Möglichkeiten für die Montage. Einmal gibt es Clips, die an die Wand geschraubt werden. So Abstandshalter, da hängt man die Fußleiste rein. Oder man macht Bohrungen durch die Wand durch, Dübel rein und verschraubt die das. Oder man kann das auch mit einem sehr guten Montagekleber lösen. Und wir machen das jetzt hier mit Montagekleber, weil wir keine Schraublöcher sehen wollen. So, dann legen wir mal los. So. Vorsichtig an die Wand schieben. Aufrecht stellen. Jetzt habe ich ja hier den Stoß. Da nehme ich jetzt auch nochmal den Kleber. Und Werkindigierung auch noch ein bisschen was rein machen, dass die Leisten mit sich auch miteinander verkleben. Vorsichtig, nicht zu viel. Wenn ihr euch für die Methode mit Montagekleber entscheidet, also das Montieren der Fußleisten, müsst ihr darauf achten, dass ihr nicht zu billigen kauft. Wirklich guten Markennamen und dann passt das auch schon. Und am Anfang auch ein bisschen den Druck noch draufhalten, bis der Kleber zieht. Es gibt da welche, die ziehen unheimlich schnell. So. Wie man jetzt schön sehen kann, der Untergrund war jetzt nicht hundertprozentig ausgeglichen von den Spanplatten. Jetzt könnte man eine Viertelleiste dran machen, eine weiße. Finde ich aber nicht so sexy. Deswegen werde ich dann am nächsten Tag hier diese Fugen mit Silikon weiß einfach abspritzen, abziehen und fertig ist. Dann ist das ein sauberer Abschluss. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen und viel Spaß noch.